Hast du Lust ein Spiel zu spielen? Ich stelle dir gleich ganz viele Fragen, du drückst irgendwann auf Stop und schreibst dir die Antworten auf. Dieser Sim entführt dich. Dieser Sim hilft ihm dabei. Dorthin wirst du entführen. So sieht das Grundstück oder Haus aus, auf das du entführt wirst. Und deswegen wirst du überhaupt entführt. Na, was ist bei euch rausgekommen? Schreibt es mir in die Kommentare und wer weiß, vielleicht gibt das Ganze eine lustige oder spannende Gameplay-Idee.